Ladies and Gentlemen, willkommen zu seiner Arbeit und des Southparks, das ist schon ein paar zu holen. Wir folgen jetzt Ketten, Diabetes oder Frau mit dem Schwanz-Tattoo. Vielleicht weiß sie ja etwas. Ist er da gerade besoffen gefahren? Nein! Nein, Mist, wir sind jetzt gegen Randy. Alter! Zwei! Ne, Moment. Ich lasse mir gegen das Auto. Du... Machst du mal das hier? Alles klar, Randy. Oh, ach ja, meine Frau braucht es in den Damen und Herren. Boah, wie bin ich hierher gekommen? Schnapp dich hier! Mach ich! Wunderarsch! Schock dich! Shit, sei mal! Alter, von zwei Kindern, das? Gut, 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 gut. Zack! Warum so ein Spectros, Bro? Alter! Alter! Hey, ich kann euch aus Flüssigkeiten betrinken. So, nur den Autoschlüssel! Alter! Gib mir mal einen Kack, Schlüssel! Hurra! Ist immer noch voll geladen! Dann, weiter schocken. Diabetes! Diabetes! Keine Sorge, Randy. Bald ist es vorbei. Zeig ihm, wo der Hammer hängt! Auch du wirst es bemerken. Dass du nicht, wenn wir zu hoffen, in den Zustand saufen darfst. Ich habe kein Schild der Schaden absorbiert. Ich brauche ein Viertel, um Bier zu holen, ihr Arschdampfen. Genau das ist das Brau! Ich bin nüttern, okay? Ich bin okay, okay! Jetzt bin ich... Pfff! Pfff! Alles klar! Randy, es wird Zeit für die großen Geschütze! Alter. Ey. Gefäß von Bactus? Alles klar. Wir haben noch ein Fakt bekommen, das würde ich mal gerne ausrüsten. Ne, Moment. Nein. Artefakt ist auch. Das würde ich gerne austauschen. Ja, das ist auch schon grundsätzlich etwas besser. Rückstoß-Komboschaden und Status-Effekt-Schaden getrunter. Aber dafür mehr Gesundheit und alles andere geht hoch. Dann gehen wir mal zu Humankind. Oh, wir waren hier schon. Äh. Moment. Ich glaube, ich bin hier falsch. Muss ich hoch? Oh. Gut. Moment. Wer hat es mega weiter... Hä? Ne? Also. Was? Alter. Alter. Oh Gott. Pfff. Ich liebe Brown & County. Einfach die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich... Ja. 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 Uhhh. Na. WIT? Fuuuuck Alter, was zum Teufel Nein, nein Ich muss jetzt nicht ernsthaft in den Stripclub gehen Ich muss mit den Ladies da drin reden Mach eine Fliege bevor ich euch raus schmeiße Was soll ich tun? Hm Kannst du ja irgendwie lange so kommen sagen Was soll ich jetzt rausgehen? Gibt es hier wieder einen Hintereingang? Ah Zack Ah Wie die Diabetes Kräfte Alter, so durch der Typ Wie soll der das? Der Krankenkassel dazu erzählen Dass er so viel Insulin braucht Na, was geht? Ja, ja Da sind wir Alter 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 Wtf, ich komm grad nicht mehr wirklich auf klar Ich spiel grad Und bin im Gottverdammten Stripclub Gegen Gegen Gäfte So gut wie immer Ich bin in dem Stripclub Oh Gott Oh Gott Oh Gott So So Wo kommen wir hier aus? Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger Gen Tonic Gen Tonic Gen Tonic Gen Tonic Hey Bist du nicht ein bisschen jung um hier zu sein? Nein, nein, das passt Ja Kannst du heute haben? Sorry Muss mich konzentrieren Schon wieder, wenn du volljährig bist Dann lass ich mich an meinem Partner Dankeschön Die Kinderköpfe ist hinter der Bar, Süfi Ah, hab ich schon entdeckt So, wo ist Käpt'n Diabetes? Da Alter Pfff 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 Ich hab schon ein Gefühl, wo das hinausgeht Pfff Pff 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 Oh, schein. Holy shit. Ey, schein. Alter. 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 Und ihn auch so auf, die man den strukturen kann. Oh, was wollen wir mal mit einer Lady mit dem Minister so getanzt? Wieso ist euch dieses Denise Tattoo so wichtig? Na, classy, die ich spiele. Ihr ist classy? Ja, classy. Mit dem E und einem kleinen Schwanz, die ich. Und das L aus dem A und S fick. Natürlich, deswegen das Tattoo. Wir haben den Nach. Los, gehen wir. Was soll das halten? Ihr könnt uns hier nicht einfach bitten lassen. Ja, ich wurde das jetzt lang gefordert. Bleib mal für die. Ich bin keine persönliche Strimmerin, ich bin Tempten, ihr betet! Mein Freibig und ich haben unsere Verkleidungszünste genutzt, um euch die Information zu retten. Damit kommst du nicht davon, Tempten, ihr Tempten! Bessie ich dich verheblich gesehen. 27, 27, okay. Alter! Alter! Ich stirb mich einfach nur gerade hier. Wobei, ich könnte den Schürt gebrauchen. Alter! Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, ne? Ich kann den Strip noch mit nur einem Dollarzeichen aufgehen. Er hat vielleicht Nerven. Vor der Finanzkrise hast du einen Spender plus 4 für 2,99 bekommen. Er bekommt doch einen anständigen Spender für sein sauer verdientes Geld. Alter! Dann machen wir einmal hier, Insulinschock! Nehmt gern. BEMS! Ich rufe die Verbraucherschutzzentrale an und sag denen, dass du ihn nur halb steif gemacht hast! Alter! Ich könnte jetzt den besiegen. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Und zack, zack. Kampf gewonnen. Alter. What the fuck. Pepper mit Hippo Steuerkarte. Oh Gott. Was soll die Scheiß. Alter. Der DJ holt die Namen von den Bitches und dann kommen sie auf die Bühne. Los. Wir müssen irgendwie den DJ erfängen. Ich hab. Mein Mutter hat immer Gentonic 50 gekauft. Wir müssen den DJ ein und von irgendwas startet mit ein bisschen. Schnell weg den Ring. Okay. Okay. Wir haben jetzt. Ah, wir haben die Rattenkacke und wir brauchen noch etwas. Was? Nein. Gehen wir mal hier gucken. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Ja. Du darfst die ekligen Sachen tragen. Propel und Wichse. Eine perfekte Zutat für unser Gebräufe. Herstellungsapp. DJ Spezial. Vielleicht fehlt noch irgendwas. Und wir haben Kraft. Ja. Ist das widerlich genug, um den DJ auf der Gepäck zu setzen? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Fürze. Es tut mir leid, dass du das nicht ansehen musstest. Aber nichts macht sich wütender als Fürze. Sie erwecken den tiefsitzenden Zaun, den ich mit mir herumtrage. Der DJ mit Fürze. Aber das wird in DJ länger genug aus der Gepäck setzen und Klaffi zurück. Die ist sehr speziell. Okay. Okay. Jetzt lasst mal ordentlich was hören. Und vergesst nicht euren Kellnerin Trinken zu geben. Auf der Bühne geht es gleich. Halt dir Applaus für Klaffi. Äh genau Leute. Auf die Bühne mit Klaffi. Mit einem I und einem kleinen Schwanz. Der das I aus dem AFS fängt. Applaus für Klaffi. Ähm. Hey. Was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran. Warte mal. Du bist nicht der DJ. Das muss sie sein. Oh shit. Das sind an der Cover wollen. Hier nach. Oh. Ich sehe jetzt erst an die Treppe. Okay. Hier haben wir aber noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Sie ist hier lang gerannt. Sie ist hier lang gerannt. Blendende Sphäre. Blendende Sphäre. Nehmen wir aber mit. Alles klar. Classy. Die beiden sind hinter mir her. Helf mir. Hier habt ihr nichts zu suchen. Ja. Christoph. Zur Seite Lady. Käpt'n. Ihr betet uns ein Zeitrequist. Wir müssen das Zifferin verhören. Wenn ihr zu ihr wollt. Müsst ihr erstmal an uns vorbei. Ja. Und ruhig doch. Ja. Geklässchen. Ja. Ja. Geklässchen. Ja. Geklässchen. 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 Ja. Einfach aus. Auf dem Weg, Lady. Sie wollen nur Classy. Erstmal die hier wegkicken. Und wenn die hier wegkicken. Was? 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 Spezialziel? Alter. Ja, ja. Plasmastrahl. Keine Sorge. Einmal durchrennen, Captain Diabetes. Alter. Ja, 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 kein Thema. Oh, da ist Classy. Alter. Die können wir dann jetzt einmal wegklatschen. Ich glaube, wegklatschen ist der falsche Begriff dafür. Okay, Leute. Einmal schocken. Ich bin jetzt in hier. Okay, doch. Hier kommt die hochfruktose Todeswelle. Schluck alles, was du da hast. Leider Captain Diabetes. Alter. Können wir dann schon mal nach hinten kicken. Ja, und du weißt, wo du das hier reinschieben kannst. Oder die hier. Alter, hab ich das gekackt. Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal. Chantal? Meine Damen und Herren, hier kommt die Meisterin der Mödenfürste. Die Herren des Radomardo, die definitive Domina. Chantal de Grandepoco. Schätzchen, für diesen Hintern bist du nicht bereit. Alter. Ich werde dich mit deinen Arschbacken zerquetschen. Lass dich von Grandepoco um achten. Ach, 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 ach. Oh Gott, dieser Arsch zerquetscht uns die Arme halten. In dem Kern. Hier kommt der wichere Tod durch Chantal de Grandepoco. Wir müssen nach Porn. Wir müssen nach Porn. Und tschüss. Alter. Nein. Und zack. Weg mit dir. Nein. Also so schwierig ist das ja jetzt nicht, aber... Nein. Hau wir die mal weg. Sorry, dass wir das Gewalt verblüten mussten. Können wir sehen, sind wir Kampfbereit. Ich will nicht nur kurz auf dein Gesicht sein. Nein, ich aber nicht. Alter. Alter! Oh Gott! Liegt sie weg? Ja, die sind da hinten. Jetzt habe ich erst einmal gerallt, dass die Zeit einfach so wegläuft. Zwei. Ähm, hat jetzt... Sehr schön. Können wir die nicht irgendwie... Wir können gar nichts gegen die machen, ne? Ja. Zack, zack. Und... zack. Ah, jetzt komm schon. Du hast gewonnen. Augenflammen, da haben Konzile, Alter. Komm schon her, Classy. Hey! Lass mich rein, ausgesinnt! Die Bohlen sind da! Was? Schnell, geh rein! Hört ab! Glaubt gar nicht, dass ich das Ding nicht benutze! Ah! Los, in das Restaurant! Schnell! Wir müssen das Schild hochheben! Ja, aber beim nächsten Mal, weil wir sind bei 30 Minuten. Alter! Ich gebe mich mal ganz, ganz kurz das Schießen oder so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss! Sie